Hallo zusammen, ich bin Pastor Steven Anderson von der Faithful Word Baptistengemeinde in den Vereinigten Staaten. Ich bin hier mit Bruder Anselm und heute sprechen wir über den Papst. Und vor ein paar Tagen ist er gestorben und leider ist er nicht in den Himmel gegangen. Und er ist nicht allein, weil alle Päpste sind auch in der Hölle. Warum? Manche Leute würden vielleicht sagen, dass er so fromm und so ein guter Christ und er hat sein ganzes Leben sich investiert in die Christlichkeit und Gottesdienst, oder? Ja, das ist das, was Leute denken. Er hatte so viele tolle, gute Werke, hat sich so investiert und war so engagiert in seiner Religion. Aber was bringt das in Bezug auf die Erlösung? Ja, die Bibel sagt in Matthäus 7 zum Beispiel, Nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel eingehen, sondern wer den Willen meines Vaters im Himmel tut. Das heißt, dass wir machen nicht unseren eigenen Weg in den Himmel. Wir müssen seinen Weg machen. Wichtig. Und er sagt, viele werden an jenem Tag zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt und in deinem Namen Dämonen ausgetrieben und in deinem Namen viele Wundertaten verbracht? Und dann werde ich ihnen bezeugen, ich habe euch nie gekannt. Weicht von mir, ihr Gesetzlosen. Jesus hat den Stellvertreter Christi auf Erden nie gekannt. Den angeblichen Stellvertreter Christi. Ja, und viele Leute werden viele Sachen in seinem Namen tun und sie werden in die Hölle gehen. Oder sie werden zumindest behaupten, das haben wir in deinem Namen getan. Sie haben es natürlich nicht wirklich in Jesu Namen getan, seine Autorität. Denn Jesus hat Irrlehrer wie den Papst nicht dazu bestimmt, Werke zu tun. Das ist, was sie gedacht haben einfach. Aber der Papst benutzt den Namen Jesu. Den Namen zumindest, ja. Und er spricht diesen Namen sehr viel und er predigt über Jesu. Aber er predigt die Wahrheit nicht. Und er hat getraut, an seine eigenen Werke in den Himmel zu kommen. Und Jesus hier sagte, dass in den Himmel zu kommen müssen wir den Willen des Vaters tun. Und die Bibel uns sagt, was das sei in Johannes Kapitel 6 Vers 39. Das ist aber der Wille des Vaters, der mich gesandt hat, dass ich nichts verliere von allem, was er mir gegeben hat, sondern dass ich es auferwecke am letzten Tag. Das ist aber der Wille dessen, der mich gesandt hat, dass jeder, der den Sohn sieht und an ihn glaubt, ewiges Leben hat und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Das Vaters Wille ist, dass alle Leute, die den Sohn sehen, an ihn glauben. Und dass die Leute, die an ihn glauben, werden in den Himmel kommen. Nicht die Leute, die sehr viele gute Sachen machen oder viele gute Werke oder sich investieren in ihre Religion. Es gibt auch Buddhisten, die sehr engagiert sind. Ihr ganzes Leben besteht aus angeblichem Gottesdienst. Sie dienen Gott natürlich nicht wirklich, sie kennen Gott nicht, sie kennen nicht Jesus Christus. Oder Hindus. Und es gibt eine Verbindung zwischen Katholizismus und Buddhismus, nicht wahr? Ja, weil Katholiken, sie glauben so viele Sachen und sie machen so viele Sachen, die stehen nirgendwo in der Bibel. Zum Beispiel, sie haben Mönche und Nonnen. Und viele Leute wissen das nicht, aber 500 Jahre bevor Christus, Buddhismus hat schon Nonnen und Mönche gehabt. Bevor Jesus auf dieser Erde war. Und das Neue Testament spricht nirgendwo von diesen Sachen. Er spricht nirgendwo von Papst und Mönche und Nonnen, aber Buddhismus schon. Buddhismus hat diese Bodhisattvas und Nonnen und Mönche. Und sie haben es einfach nur übernommen. Und Abgörter, wie die Katholiken, sie dienen alle diese Abgörter und Bilder. Und was sie sagen ist, wir beten ja Maria und die Heiligen nicht an. Aber ich war mit Leuten aus meiner Familie mal, bevor ich gerettet war, zu einer sogenannten Anbetung in der katholischen Kirche. Sie haben das Anbetung genannt und sie haben zu Maria gebetet. Und sie haben das Anbetung genannt. Es heißt Anbetung. Aber es ist nicht Anbetung. Nein, genau. Sie beten nur Gott. Es ist nur Verehrung. Aber der Papst hat nicht geglaubt, dass Jesus uns rettet. Nur durch sein Blut, durch sein Tod, sein Auferstehen. Er glaubte, dass die Rettung ist durch die Kirche. Und dass man muss alle die Sakramenten tun und alle diese guten Werke tun. Und diese Leute in Matthäus Kapitel 7 waren gleich. Sie haben gesagt, oh, wir haben so viele Wundertaten gemacht. Und wir haben gepredigt und wir haben alle diese Werke gemacht. Aber Jesus hat ihnen gesagt, dass sie nicht den Wille des Vaters gemacht haben. Sie nicht an ihn geglaubt haben. Sie glauben an sich selbst. Und der Papst hat an sich selbst geglaubt und wahrscheinlich mehr an seine Kirche geglaubt. Seine Kirche, die nicht biblisch ist. Richtig. Und diese Leute hier in Matthäus 7, Abs. 21, die sagen nicht, wir haben an dich geglaubt. Wir haben auf dich vertraut. Sondern sie sagen, haben wir nicht das und das gemacht? Deswegen lasst uns doch in den Himmel. Es ist alles, was sie gemacht haben. Und sie sprechen nicht über, was Jesus für sie machte. Sie sprechen nicht von ihrem Glaube an Jesus, sondern von ihren Werken. Und der Papst würde sagen, oh, ich war so treu zu der Kirche und ich habe alle die Sakramente getan und ich habe stundenlang gebetet. Und ich habe all diese Missbrauchsvorfälle vertuscht. Ist das nicht toll? Das ist ein anderes Thema, aber die katholische Kirche ist nicht Christlichkeit. Überhaupt nicht. Die Bibel sagt, dass Christus von uns gestorben ist, dass er aufverstanden ist und dass wir müssen, an ihm glauben, gerettet zu werden. Aber die katholische Kirche sagt, dass das nicht genug sei, sondern dass man muss Werken tun, gerettet zu werden. Und dass man seine Rettung verlieren kann, wenn er nicht gut genug ist. Und das lernen sie glasklar im katholischen Katechismus, wo sie sagen, dass es Todsünden gibt. Und wenn du diese Todsünde begehst, dann verlierst du deine Gnade. Aber was sagt die Bibel? Dann werde ich ihnen bezeugen, ich habe euch nie gekannt. Die Leute, die in die Hölle gehen, er sagte, dass er sie nie gekannt hat. Und er hat den Papst nie gekannt. Nirgendwo in der Bibel steht, dass es einen Papst geben sollte. Das totale Gegenteil steht in der Bibel. Nennt niemand auf Erden euren Vater, denn einer ist euer Vater, der im Himmel ist. Nennt auch niemanden Meister. Oder ihr solltet es auch nicht Meister nennen. So Benedikt könnte sagen, ich bin der Papst. Und er wird ihm sagen, ich habe dich nie gekannt. Und er könnte auch sagen, ich habe keinen Papst gekannt. Was ist denn Papst? Was soll denn das? Ich habe das nicht geschrieben in der Bibel. Ich habe das nicht empfohlen, befehlen, befolgen. Befohlen. Oder empfohlen. Ja, so manche Leute sagen, dass sie glauben, dass nur weil er der Papst war, ist er automatisch in dem Himmel. Aber er muss in den Himmel kommen, genau wie alle anderen Leute. Alle seine Glauben müssen an Jesus gewesen sein. Und er selbst hat gesagt, dass er nicht sicher war, dass er in den Himmel kommen würde. Weil die Katholiken glauben, dass es eine Sünde ist, zu sagen, dass man sicher ist. Weil sie glauben, dass das stolz ist. Das ist unglaublich. Aber das ist nur, weil sie trauen an sich selbst. Weil wenn sie an Jesus trauten, wenn sie sagen würden, dass sie ganz sicher sind, dass sie in den Himmel kommen, das ist nur ihre Confidence. In ihre Zuversicht. Also Sicherheit. An was sie Jesus gemacht hat. Nicht an sich selbst. Und die Bibel sagt, dies habe ich euch geschrieben, die ihr glaubt an den Namen des Sohnes Gottes, damit ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt. Also können wir wissen, dass wir ewiges Leben haben? Eindeutig. Und warum hat der Papst nicht gewusst, dass er ewiges Leben hatte? Weil er es nicht hatte. Richtig. Weil er nicht an den Namen des Sohnes Gottes geglaubt hat, sondern an seine Frommigkeit oder seine gute Werke oder sein Leben. Die Bibel sagt, dies habe ich euch geschrieben, die ihr glaubt an den Namen des Sohnes Gottes, damit ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt und damit ihr an den Namen des Sohnes Gottes glaubt. Es hat alles mit, was man glaubt zu tun, nicht mit, was man tut zu tun. Und es gibt auch viele religiöse Leute, Muslimen, Buddhisten, Hindus, die sehr schwer arbeiten in ihrer Religion. Und der Papst hat sehr schwer gearbeitet, der Papst zu werden, weil viele Leute wahrscheinlich wollen, ein Papst zu werden. Und er hat sehr schwer gearbeitet. Und er war so eine gute Katholikin. Katholiker. Katholik. Katholik. Er war so ein guter Katholik, aber das macht nichts, weil man macht nicht seinen eigenen Weg in den Himmel, sondern er muss seinen Weg gehen. Und das ist nur durch Glaube. Und es gibt so viele angebliche Christen heutzutage, die denken, ja, okay, wenn du auch an Jesus glaubst, dann bist du ja auch Christ. Du glaubst ja auch an Jesus. In dem Sinne, ja, der Papst hat ja auch geglaubt, dass Jesus gestorben ist, unsere Sünden wahrscheinlich. Ja, aber es ist nicht... Aber er vertraut nicht auf Jesus Christus. Das ist der entscheidende Unterschied. Genau. Es ist nicht genug zu glauben, dass er existiert hat. Genau. Oder dass er gestorben ist. Oder sogar, dass er auch verstanden ist. Aber man muss glauben an Jesus. Das heißt, dass man Jesus trauen muss mit seiner Seele und nicht seine eigenen Werke trauen. Ja. Und wenn wir fragen würden, warum... Warum solltest du in den Himmel gehen, Benedikt? Was würde er sagen? Würde er sagen, nur weil ich an Jesus geglaubt habe. Das ist alles, was er gemacht hat. Er hat alles für mich gemacht. Ich habe an ihn geglaubt. Nein, er würde sagen, dass er getauft war, dass er Kommunion gemacht hat, dass er alle seine Sünde zu einem anderen Priester gesagt hat. Wie sagt man auf Deutsch? Er hat seine Sünden gebeichtet, seinem anderen Priester. Und dass er nicht zu viel gesündigt hat. Was auch immer das sein soll. Nicht die mortale Sünden gemacht hat. Und deshalb ist er in der Hölle. Absolut. Mit allen anderen Leuten, die nicht an Jesus glauben. Die einer falschen Religion folgen. Und egal, ob es Buddhismus heißt oder ob es Christlichkeit heißt, weil die Bibel sagt, dass es gibt einen anderen Jesus, einen anderen Geist, falsche Christen, falsche Christusse, falscher Jesus, oder? Und wenn du als Zuschauer Katholik bist, das muss ich nicht beleidigen. Ich meine, was wir hier sagen, ist einfach das, was die Bibel sagt. Wir wollen den Papst und Katholizismus so bewerten, wie die Bibel das bewertet. Und die Bibel sagt, dass wir aus Gnade durch den Glauben gerettet werden, ohne dass wir gute Werke tun. Und der Papst hat was anderes gelehrt. Also es ist falsch, laut der Bibel. Und wir hoffen, dass du auch weitere Folgen anschaust von unserem Podcast. Und dazulernst, was die Bibel tatsächlich sagt. Amen.